Wieso ist das Cannabis-Gesetz noch nicht in der vorläufigen Tagesordnung für Sitzungswoche 3 im Bundestag gesetzt? Diese Frage stellt sich auch in den Kommentaren derzeit häufig. Am Abend des 1. Februar folgende Meldung. Cannabis-Legalisierung, Koalitionsfraktionen legen Zwist bei. Diese Meldung ging abends um halb 11 rum durch die Medien. Quelle DPA-Meldung. Also mit Blick auf die Uhrzeit hier nochmal schön in rot markiert eingezeichnet. Und ja, das ist einfach von der Uhrzeit her am Abend gewesen. Und hier mit Blick auf die vorläufige Tagesordnung, die im Moment einsehbar unter bundestag.de entsprechend ist, ja die ist vom Folgemorgen, geht man davon aus, dass sich der Ältestenrat also nochmal mit dem Gesetz befassen muss nach dieser Einigung. Damit es wirklich zur Aufsetzung kommen kann, ist es also nicht verwunderlich mit Blick auf die Uhrzeiten bei der vorläufigen sowie auch bei der Meldung vom Vorabend, dass es hier noch nicht auf der jetzigen Version stehen kann. Wie kann man weg im Videoausschnitt gleich sagen wird, wird es entsprechend Mitte Februar, aber vielleicht auch erst kurzfristig dann wirklich darauf erscheinen. Wir werden es höchstwahrscheinlich wissen am 13. Februar, Dienstag vor der Sitzungswoche. Und selbst wenn es nicht draufsteht, muss ich sagen, das ist halt im parlamentarischen Betrieb einfach immer ein bisschen wild, ist dann auch noch nicht Hopfen und Malz verloren, weil die komplette Tagesordnung für die Sitzungswoche steht immer erst am Dienstag der Sitzungswoche, weil man dann noch um Fristverkürzungen feilscht und dann sind Gesetze doch fertig verhandelt worden auf dem Weg. Also erst eigentlich am Dienstag der Sitzungswoche, das heißt am 20.02. wissen wir sicher, ob es am 21., 22. oder 23. in der zweiten, dritten Lesung ist. Und ich möchte schon nochmal sagen, wirklich die überwältigende Mehrheit der SPD-Bundestagsfraktion steht hinter dem Vorhaben, Cannabis zu entkriminalisieren und zu legalisieren. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Wenn du nichts mehr verpassen willst, auch die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.